ja und dann sind wir wieder bei der Battle an die Front wir starten direkt rein Warte auf Spiele achso Kanada oder was ich habe schon wieder die Knarre achso ja er ist auch wieder dabei Hi Ice keine Ahnung welche die hat doch einen Nahrung bist du sicher dass ich das sehe ok denk dran nimm meine Hand du musst nur auf Hände gehen nio 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 was hat der denn für eine Knarre ab zum Ablink ah ich habe ja alles go 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 ja und da hinten kommen sie keine Sorge ich komme Skywalker und ich freue mich auch yippie oh nein ich gehe aktivieren I go activation when die k wo sind denn alle Hallo. 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 Leute, hier bin ich. Kommt. Kampfläufer, nicht auf dich. So geht das. Die Uplinkstation wurde aktiviert. Kuba Fett hatte den Kampfläufer. Jetzt greifen die alle von hinten an. Bedarf war bei mir. Wow, 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 wow. Arsch, Junge. Wir holen den Ton. Voll blöd. Hat der mich auch erwischt? Nein! Y-Wing hat das Ziel erfasst. Nein, Güte. Nein, 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 nein. Du triffst mich nicht. Nein, 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 nein. Au! Scheiß Drohne. Okay, ich starte bei dir. Und... Die feiert er fast nicht. Oh, nicht schon wieder das Ding. Oh, ne, dies macht mich ja AT-AT eigentlich. Das sind Loots. Nein! Wir müssen ihn aktivieren. Ah, der mich auch nicht auf. Die Möte hat den Kampfläufer erfasst. Da 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 da. Ah, nicht schon wieder! Die Drohne gibt es nicht. Ah, 11 Mal... Geluft, ey... Umgebung ist Black Ops. Ich hab da drauf geschossen. Black Ops dort. Wie sieht man das denn? Black Ops spielen. Der Camper. Den schnapp ich. Da bin ich. Ja, den geschmeckt sie auch. Da, Camper. Ha, du Nub. Genau da drin. Ja, ich hab's gesehen, hab's gesehen, hab's gesehen. Direkt weiter zu rennen. So, und drauf. Ihr müsst nur noch ein bisschen durchhalten. Dann können die Y-Wings die Kampfläufer attackieren. Ah, sorry. Ah. Ah, wie der Typ. Ah, der AT-AT knallt voll drauf, ey. Null Chance. Commander Skywalker ist eingetroffen. Egal, schieß weiter drauf. Scheiß auf deine KD. Das Ding. Das Ding muss zerstört werden. Oh, weil ich das zu tun. Keine Sorge, ich komm jetzt mit Unterstützung. AT, AT ist unten drin. Das ist unsere Chance. Steh mittendrin. Jaaa, ich bin dabei. Jaaa, ich bin dabei. Boah, was war das denn? Juhu. Ey, ich voll voll die Drohne. Okay, ab zu den nächsten Updienst. Wobei denn? Wer denn? So, was denn? Was? Die gesamte Feuerkraft auf diesen Kampfläufer. Ah, lassen wir rumlaufen. Wow, 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 wow. Was denn da im Moment? Was denn da rumlaufen? Was denn da rumlaufen hat? Ah, schon, wobei. Und zwar schießt. Was denn da rumlaufen hat? Hier ist die Mitte hin. Lieder. Oh, da rumlaufen hat. Woh, woh. Wow, wow. Ah, wieder mit der Sniper, was ist das für... Die ist n' hier durch. Shit, hat mich erwischt. Die wollen hier rein, ne? Ich hoffe, ich hab die Drohne genommen. Was ist das? Keine Sorge, ich räum den Weg frei. Da, schieß doch auf den! Danke für die Hilfe. Nicht. Ähm... Ich muss den Ding überaktivieren. Wow, wow. Keine Sorge, Luke kommt jetzt. Out. Und wieder Luke Skywalker. Ich bin Luke Skywalker. Ich bin Luke Skywalker. Schön, Berlin. Warwing meldet positive Zielerfassung. Lalalalalala. Wiii. Wiii. Ich springe einfach quer durch die Gegend. Sturmtreppen im Kampfgebiet. Flick. So. An. Spass sie auf. Boah, ich schiegel. Und wo kommt der, ne? Uplink deaktiviert. Wir müssen ihn reaktivieren. Nein, ich musste auch was nähern. aber ich schiegel. Na, ich hab doch Zeit, ey. Sie haben die Uplink-Station aktiviert. Gute Arbeit. Ach nöööö. Das verlieren wir eigentlich. Okay, das geht nicht. Ich kann mit Lupi die Dinger nicht anhalten. Tja, du hättest nicht auf mich schießen sollen. Dankeschön. Scheiß Camper. Scheiß Camper ey. Der AT AT ist ungeschützt. Das ist unser... Was war das denn? Die Struktorgewehr? Was war das denn für ne Waffe? Kapitalangriff! Weg sie weg hier! Oh, wir haben schon wieder neue. Der AT AT ist ungeschützt. Das ist unsere Chance. Ja, Junge, ich steh direkt vor dir. Nimm dir Ziele weg, die da so weiter wechseln. Wow, 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 wow. Wow. Das war cool. Das war epic. Willst du dich mal durch, Dicker? Danke. Wo denn? Ja, bin schon am Weg, jo. Wo bist du denn schon wieder? Ja, versteckt dich. Du solltest nicht unter ihn kommen. Boah. Das war's. Mio. Nein, diesmal war ich kein... Boah! Da war das! Ablenk offline. Reaktiviert ihn. Wir brauchen ihn für unsere Y-Wings. Ey, das wäre da, du... Penis. Kling... Na, das Krypto-Gewehr, jetzt hab ich mal raus, Dick. Na, dem bin ich nicht. So, Vader, wo bist du? Wow, 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 wow. Was war das? Klar! Ich mach hier voll den Bungee-Jumper, aber in die falsche Richtung. Jetzt reicht's aber. Angreifen, Jungs! Boah! Boah, ich Idiot! Das war echt ne Granate Gegenschirr. Mann! 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 Waltet den Anblick, damit die Y-Wings eure Position bestimmen können. Echt? Ich bring Unterstützung! Sie sind uns kahlenmäßig überlegt! Was ist da? Wofür? Ja! Was passiert? Alles wirklich! Nehmen wir dich! Ja, der rechte hier, der ist ganz schwer. Okay, gehen wir mal dem Skywalker-Feuerschutz. Gut, da rankt der auf, jetzt müssen wir noch eine Bestellung halten. Gut, ich kann mal das Ding halten. Gut, gut, gut. Nicht rauslaufen! Nicht rauslaufen! Ich hab's gesehen! Wir haben die Ablinkstation aktiviert. Gute Arbeit! Lass sie ruhig hier reinkommen. Die muss nicht einschalten. Oh, das eine ist abgeschaltet. Ja, komm, komm, komm. Unser Bomber hat den Kopfläufer als Ziel erfasst. Komm, komm, komm. Hab's aktiviert! So, jetzt müssen wir die Stellung halten, bis die Dicken nachkommen. Pfehlalala! Poah, da ist mal knapp, da ist mal knapp! Komm, 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 komm! Wir halten hier die Türen. Hinten? Halt. Mensch, komm, sag Bescheid. Okay, die Y-Wings sind im Anflug. Schnapp dir irgendein Ding und dann drauf. Yeah. Oh, der Vader. Yeah, einer ist tot. Wir müssen ihn reaktivieren. Y-Wings im Anflug. Schaun. Auf, Jungs. Den kriegen wir, den kriegen wir. Da unten sind Laserknarren, irgendwie. Yeah, wir haben gewonnen. Der Krämpfläufer ist umgeschüttet. Yo. Sowas war. Das war mal eine schöne Idee. Komm, wir mal an, hier, oder? Ich meine, die da gaaatzt. Gaaatzt. Okay, beim Weg, schau mal aber wieder. Gut. Bis dann. Ich habe noch zwei. Ja. Ich meine, die da definitiv. Ja. Hier. Warum.